Balabing und C. Och du Scheiße. Boah, fuck, Alter. Sehr schwierig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe einfach etwas genommen, was mir in den Sinn reinkam. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Das wird auf Sondergeschrieben. Ein Sekunde. Krieg ich hin. Dann ist gut. Ah, verdammt! Ich weiß nicht. Verdammt! Was denn? Ich wollte gerade den Film zu Ende schreiben. Verdammt! Ja, kann ich vormachen. Also, Stadt haben wir bei Big Mac Wahl, Coesfeld, was direkt bei uns in der Ecke sein könnte, was ich nicht weiß. Chemnitz, was natürlich bei uns in der Ecke sein könnte, was ich aber nicht weiß, kommt von Jan-Patrick Wilhelm, von Zoe Coburg und von mir kam Zelle. Ich habe damit gerechnet, dass einer von euch Kostos schreibt. Deswegen habe ich es nicht genommen. Big Mac Wahl hat beim Land China genommen. Jan auch. Zoe hat Kiele genommen. Kiele? Ja, Kiele. Und ich habe Kanada genommen. Ja, Kanada will für mich eine Krage sein. Fluss haben wir Chiemsee. Ich habe die Zelle genommen. Ich bin doch auch als Fluss, oder nicht? Ja, klar. Ist ein See ein Fluss? Ist die Frage. Eigentlich nicht, aber egal. Er hat es alles richtig angenommen. Und vorhin, als ich gerade mal nachgegoogelt habe, mit einem K-Fluss, hat er auch irgendwas mit einem Kochel. Ja, Todesursache. Corona. Bei Dr. Michael. Was denn? Bei Zoe. Der Chemieunfall. Bei mir die Cocktailvergiftung. Normalerweise müssten Jan und ich eigentlich die gleichen Punkte haben, weil wir meinen, glaube ich, beide das Gleiche. Nein. Ist auch gescheuert. Nein, er hat meins und deins aber als andersartig identifiziert, weil die Chemie kann eigentlich sein, dass ich dir Chemie verabreiche, etc. Aber du hast ja direkt den Unfall auch noch mit reingebracht. Bei den Filmen sind wir bei Big Mac Wahl, Charlie und die Schokoladenfabrik. Bei Jan, Charlie und die Punkt. Also das Gleiche wahrscheinlich. Zoe hat die Chroniken von Narnia genommen. Ich habe Copsland genommen. Beruf? Beruf ist der Chemie-Laborant bei Big Mac Wahl. Jan Patrick hat Chemiker. Zoe auch und ich auch. Jepie. Hobby. Computerspiele spielen. Bei Jan Patrick. Shenlo spielen. Bei Zoe. Und ich bin der Cognac-Tester. Ja, Cognac wird dann noch etwas geschrieben. Ist mir shit egal. Sportart. Climbing. Bei Jan Patrick. Cricket. Soll es wahrscheinlich heißen. Ja, ja, Cricket. Aber ich wusste nicht, wie es geschrieben wird. Ich bin gemütig und im Curling. Ich weiß nicht, ob Cricket nicht mit K geschrieben wird. Ja, das ist die Sache. Ich kann mal nachgucken. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Ich hatte es nämlich auch im Kopf. Ich wusste es auch nicht. Ich gucke mal hin. Ich mache derweil mal weiter. Serien. Bei Big Mac Wahl. Chip und Chap. Hätte Norita das Rechtschen gemusst. Egal. Mein Gott. Opa Kai. Bei Zoe. Cinderella. Und ich habe Cole's Case genommen. Big Mac Wahl hat bei den YouTubern oder Streamern den Jenkins genommen. Jenkins. Zoe den. Ja, Jenkins steht hier. Ja. Dann Cast Crafter hat Zoe genommen. Ich habe den guten Kato genommen. Kenne ich nicht. Kennt du Kato? Wenn uns Cricket würde wirklich mit Kato spielen. Ich habe gedacht. Okay. Gut. Ja, dann drücken wir doch mal alle frei und fertig. Ach so. Ich kann übrigens auch, falls wir irgendwann mal an einem Punkt sind, wo keiner von uns irgendwas hat und die 5 Minuten einfach nicht gelaufen sind, kann ich die Runde übrigens neu starten. Nur mal so am Rand. Okay. So. Ich hätte auch Con Crafter nehmen können. Stimmt. Da kommen wir immer hinterher drauf. Ja. Nee, ich hatte Cast Crafter, weil ich ja gedacht habe, einer auf dem Rechnen kommt. So, 95 plus für Jack Tango, 285 Punkte, Platz 1. Dann wird dicht gefolgt von Zoe mit zusätzlichen 95 Punkte auf 255. Als nächstes, Big Mick Wall auf dem dritten zu lieben Platz mit 65 Punkten mehr auf 150. Jan Patrick mit 70 Punkten mehr auf dem guten alten Platz 4 mit 135 Punkte. Ich weiß nicht, ob der Jan sich so einen Gefallen damit getan hat, dass er dieses Spiel spielen wollte. Punkt 1. Ich komme dir immer näher, mein Freund. Also, ne? Das war ganz schlimm. Im Endeffekt soll er Spiele Spaß machen.